Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem spontanen Test-Stream bzw. kurzweiligen Morgen-Stream und Aufnahme und ich dachte halt, weil Ultraviolence der oft darüber geredet hat, spiele ich mal diese Laco-Demo Ah, okay, jetzt ist eine Nachricht, ja, ich habe verstanden, Work in Progress, das ist eine Demo, Jungs Beruhigt euch, das ist eine Demo, Jungs, das ist noch nicht alles final, das ist alles in Ordnung hier So, ähm, I have state-of-the-art-game-casein, nein, ein sehr starkes System GZ-Doom, es passiert auf diesem Port von GZ-Doom Oder der Port GZ-Doom Okay, Freunde, let's go Ja, machen wir Hard-Vidium Okay, machen wir mal Commandos, die Beschreibung klingt so nach mir, ich habe viele Schuze gespielt, aber ich bin jetzt auch nicht der Giga-Pro So, ähm, Autosafe, Checkpoints, Addition, UUK, Quicksafe, Pressing F6, Recommended Aha, okay, das klingt gut Christmas-Challenge, was auch immer das sein soll Ich hoffe jetzt mal, dass jetzt keine Frames verworfen werden, das heißt, alles super läuft So, ja, habe ich verstanden, das ist eine Demo, das ist Work in Progress, das ist in Ordnung Oh Gott, die Monster scheiß auf der Dex, ich mache das hier an der Maus selber Jawoll Oh, wir sind mitfällig, oh, der Ja, ich bin total mitfällig, Jungs Guck dir mal den ganzen Scheiß hier Ne, ich will nicht haben Sind wir in Dust-Base? Oh, wir haben euch im Zinnig gegessen Das kann ich gar nicht aufmachen Oh, es ist dann halt wie so eine Kiste Das wird hochheben Ne Oh, ich kann Licht anmachen Ist das eine Tür oder so? Boah Geil, jetzt die Türke klingt das Flachen schon mal Ich liebe es, wenn man so treten kann Oh, what the fuck Oh, das steht ja irgendwie aus mit dem Ding Ist das Oh, gar, ich kann das werfen Oh, wie cool Ich bin voll der Gamer, so, auf jeden Fall Ich bin voll der Gamer, bin voll der Gamer Get rotated, idiot Privacy Mode, was ist der Privacy? Ich glaube, hier geht alles kaputt gerade Aber wir brauchen keine Privacy mehr Die Privacy Mode existiert auch Machen wir das mal Arachnopole Nicht geil, ich habe Arachnophobie Also ohnehin, ich habe wirklich eine Panische Angst vor Spinnen Ah, Aua Was zum Fick Junge, da hat gerade ein Blut gebrannt What the hell Okay Ah, ist Junge Oh, ich habe das Schocken Ist das cool, Alter Es ist, es passiert ja auf diesem Sport Von, äh, du weinst Brauchst so gut wie, ähm Hier der bekannte Mod existiert Okay, jetzt aufheben Jawohl, wie geil, ich kann das aufheben Oh, wir haben gleich die ersten Enemies Ich höre die schon Oh, shit Oh Oh, fuck, ich, das wird weiter Ich bin ich Ich bin ich mit dem Stuhl, Obdigger Bro, wo bist du? Oh, scheiße Oh, scheiße Oh, fuck Ich habe keine Waffe, oder? Oh, nein Ich bin, okay Ah, okay Ich bin immer wirklich ein bisschen lauter Ah, Junge Warte mal kurz Nein, nein, nein Ich will jetzt was da hinten Was hat das gemacht? Oh, fuck Ich verliere die ganze Zeit HP Ich brauche mal was zu trinken Ah, lecker Oh, ne Waffe Jawohl Oh, ja, ich pico nicht so hart weg Kommt doch Oh, Junge Oh, die sind voll explodiert Geil, Digga Oh, ich kann hier rumkicken Kick Ist das geil Ich liebe das Oh Halt es den Maul, Digga Wo bist du? Komm her Oh, Junge Oh, ist das geil Oh, shit Junge Oh, mein Gott Ist doch kein Blut Wie bei normalen Menschen Aber es ist auch fucking geil Oh, fick sich junge Ich bin der einzige, der gerade um fucking 925 an Sonntag streamt Das war wahrscheinlich ins Bett geht Hey, ich hab den Public Key Let's go Oh, Gott Aber hey, bis jetzt gefällt es mir Oh, irgendwie sind die FPS Ah ja, so ist es viel besser Ich denke, ich bin zu gritty, aber besser für den Team Oh, ja, fick dich Ah, ich muss sagen Ah, ich hab ihn durch den Rauch getötet Oh, ja, man kickt den Kopf weg Geil, Junge, die Musik geht Junge, die Musik ist ein Banger Das gefällt mir sehr Gefällt mir echt Oh, scheiß, komm ich damit noch runter zurück Hey, warte mal Oha Jetzt durch Blutlauch habe ich rote Brutstoffen Wie geil ist das denn? Saugeil In diesem Spiel steckt so viel Liebe drin So Ich mag die Musik echt Ich finde die Banger Okay, das kann man auch machen Ich hab ein Cyclus Hallo, ich dachte, man muss ja weiter Äh, jetzt ein bisschen Ich muss ein bisschen abscheißen Ich hab Geld bekommen deswegen Also ich hab gar nicht, was das oben sein soll Boah, das ist ja gar nicht schlüssig Boah, das ist ja gar nicht schlüssig Ich hab' die Musik gekloppt Boah, wo kommt man hier weiter? Boah, das ist ja gar nicht schlüssig Boah, das ist ja gar nicht schlüssig Saugeil Nach so einer Weile fliegen da Ähm Fliegen rum Moment mal Ne, stopp Da lang war ja der Secret Hier lang Wo komm ich da nicht mehr? Rein Wie komm ich da zurück? Ähm Ne Ach, hier ist der Entwischung Ich dachte, das wär Knopf Ne Versteh's nicht Vielleicht hätte ich einfach Im Raum, da wo ich die Purple Kicker genommen habe, weitergehen müssen Hm Hm Ah Hehehe Geil Feicht Hier bist Mehr durch Geil Beide Geil Feicht Habe ich mich verlaufen? Übersehe ich gerade irgendwas? Ach hier? Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott, hat er mitgeworfen! Alter! Meine Fresse! Die machen hier alles kaputt? Wo ist man die... Ah da hinten stimmt, ja. 1,4,3,2 Temporär ändern, wo ist diese... Keypad, Alter. Nein. Beinahe, beinahe den Cryo 4 gemacht. Oh mein! Nice, nice. Beinahe Cryo 4 rum und gemacht, dass ich da... Erstmal... 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 Erstmal Code angebe. Oh Junge, Custom Animations, wie geil ist das denn? Oh Junge, was ist das? Das Ding heißt... Roaring Cricket. Ich glaube... Ich glaube, das ist ein... Das ist ein selbes Teil, wenn es so heißt. Kann ich das jetzt damit aufschießen? Nee. Also Level Props bleiben, Level Props. Und ich kann die jetzt gleich jetzt mal auf aufschließen. Gut. Aber wie komme ich jetzt weiter? Dann... Ah... Verschein ich jetzt hier, das ist umgekehrt. Ja genau. Okay. Sau geil. Game saved. Oh, Armor ist da. So. Oh ja. Jetzt geht's ab jetzt. Ich kann... Ich kann mit dashen. Ich kann mit Sliden. Das ist so toll. Ah, was? Geil, Digga. Ah, schon. So, ich hab... Da muss ich mal nach Hilfe von oben gehen. Ich kann den... Ich kann den... Anmerken. Scheiße, Digga. Geh ich nochmal zurück? Ja komm, ich geh nochmal zurück. Könnte ich damit theoretisch auch... Warte, wein. Könnte ich damit theoretisch auch... Putsch! Nein, geht nicht. Ähm... Gut, ja dann gehen wir wieder zurück. Äh, ist das geil. Das ist... Ich lieb das schon jetzt. Hm, Eater Burger. Oh nein, oh nein. Is that... Is that... Oh fuck. Was ist da dann? Es ist dann wahrscheinlich nicht... Es ist so wahrscheinlich... Es ist so wahrscheinlich... Es ist so wahrscheinlich... Läuft! Läuft! sieht denn hier! Hitter wird... Ich sehe nicht. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Oh fuck. Das ist geplatzt oder so. Ach du Scheiße, Digga. Ja, das bin ich. Oha. Der hat ein 3D, also ist das 3D-Model? Ja, der ist auf jeden Fall jetzt ein Model. Wow, wie geil. Nachladen, ey. Boah, shit. Ich spiele es ein bisschen zu bald, ich sollte es mal ein bisschen gechillter spielen. He he, geil. So, nachladen. Hey, jetzt sieht es ein bisschen besser. Ich dachte schon, ich werde das trinken. Ich gehe es mir später durch, wenn ich, äh, hellwach bin. Gerade bin ich müde. Dann werde ich noch schlafen. Uh, Puckett, äh, wo lag da rum. Uh. Ja, ich hasse die Technik so. Da rechts geht's weiter. Oh, Mann. Das habe ich auch gehofft. Oh, nein. Oh, ja. Ja, Junge. Ich muss ja nicht so in seinen Arsch bleiben. Okay, man kann nicht bleiben. Oh, Mann. Da, ich muss auch noch hin. Ja, ohne Fisch ist geil an. Ja, es ist Y, weil ich aber gar nicht das so tue. So, changes are now active. If your risk codex actively keeps track of the action, the performance rewards you with credits for achieving a certain goal. Okay. Woah, bist du tief? Bist du tief rein? Oh mein Gott, ich muss mich gar nicht ziehen. Oh, nix engaging! Ey, die Lachen haben wir zu uns grad so cool aus, ich weiß nicht warum. Oh nein! Nicht die Toast! Toast geht auch! Nein! Nein! Das ist das Ding! Oof! Oh. Oh, die Brennen. Okay. Ok, lasst sie sie brennen. Wie bei Promet Ryan, ähm, als sie den Stand gestürmt haben, ja, lasst sie brennen. Leute haben dann, hmm, Pizza. Leute haben dann darüber nachgedacht, ob das, ob sie das gesagt haben, weil sie Munitionen sparen wollten oder ob sie, äh, die leiden lassen wollten. Meine Interpretation war's, basic, sie, beides irgendwie. Vielleicht ich, vielleicht ich's verprügeln. Ja, genau, so wie ich meine Leichten hab. Bis zum Grunden Boden gechippt. We've got contact, Junge, we've got your mom, Alter. So. Oh mein Gott. Schnell, why? Ah. Ehrlich, hier brennen wir auch Leute. Nein, ich dachte, abzahlen. Junge, wirklich. Oh Gott. Du schimpfst ja an, ob das meine Augen sehr müde sind, dass ich gerade Probleme habe, äh, wach zu bleiben. Oh Gott. 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 Keine Chance, dann wird er regenerieren, Digga. Hm, Arachno Cola. Hm, Arachno Cola. Mach. Alter. Ah, wie süß. Ist das Fritz? Ich fass mir. Ok, ich mach nicht. Oh, vielleicht sind die Alters drin. Ne, mach ich wieder zu. Ich bin zu müde um gescheit zu spielen. Ah ja, I'm never tired to clown, Digga. Komm ich da rein? Da komm ich rein. Ja. Wenn ich das machen, bringt glaube ich nichts. Ah, da. Hehe. Geil. Oh Gott. Oh, ich weiß gar nicht, wie lang die Demo geht. Weil, ich bin auch gefaschen. Komm zu Junge. Nein, nein. Da war ich ja schon. Ist hier rum. Hallo. Genau. Also ich würde mal sagen, ich speichere hier mal. Ähm. Wir machen dann hier weiter, aber ich bin grad zu müde. Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dennoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao. Entschuldigung